Charlie, wo ist mein Geld? Ich hab's, Kumpel, es ist... Ich kann... Charlie, du... Aber die Verbindung bricht... Warte, Charlie, ich kann dich nicht verstehen! Wie war er so? Als Boxer? Charlie war ganz oben, die Nummer zwei auf der Welt. Dann hat sich der Kampf verändert. Ich komm mit! Vergiss es! Entweder ich komm mit oder du kannst die Schlüssel aus dem Gully angeln. Oh Mann, war das knapp! Nicht... Dickkopf. Das ist kein Videospiel. Das ist Realität. Jetzt wird abkassiert! Nein, nein, nein! Ich brauch nur Kohle. Ich hab dich echt gern, Alter. Aber mit dir kann man nur verlieren. Gib's auch, Charlie. Du hast nichts mehr. Wonach suchen wir? Nach allem, woraus ich einen Kampfroboter zusammenbauen kann. Ich glaub, da ist ein ganzer Roboter drin. Sowas hab ich noch nie gesehen. Können wir ihn kämpfen lassen? Er ist ein Sparringsroboter. Dafür gebaut einzustecken, aber nicht auszuteilen. Sein Name ist Atom. Besorg ihn im Kampf. Du weißt, dass du ihn in Einzelteilen zurückbringst. Er ist kleiner und schwächer. Die essen ihn zum Frühstück. Du zeigst ihm, wie man boxt. Ist das ein Scherz? Du kennst den Kampf in- und auswendig. Er braucht deine Moves, deine Kommandos. Ich kann nicht, ich kann nicht. Doch, du kannst. Ich weiß, ich hab dem Jungen vieles falsch gemacht. Jetzt mach ich endlich was richtig. Richtig, Alter, Katz! Super Kampf, Jungs. Merkt euch den Namen. Atom. Atom! Der Roboter hat's in sich. Ich würde gerne eine bessere Seite von dir kennenlernen. Ist nicht so leicht. Max! Jetzt geht's um alles! Wir können nicht gewinnen, oder? Wir werden sehen.